Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 62.750 US-Dollar und ihr seht schon, es hat sich in den letzten Tagen überhaupt nichts getan. Deswegen gab es auch keine Videos. Ich habe mir jetzt mal gedacht, okay, ich versuche jetzt einfach mal trotzdem mal auf den aktuellsten Stand zu bringen, auch wenn sich wirklich seit letzter Woche wirklich sehr, sehr wenig getan hat. Ihr habt es mitbekommen, es war sehr, sehr ruhig. Keine wirklichen Setups und die Setups, die ich ja im Kopf hatte von letzter Woche, die wurden immer noch nicht abgeholt oder da warte ich immer noch ein bisschen drauf. Trotzdem hat sich ein bisschen was getan, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video ein bisschen genauer anschauen. Außerdem mal so ein bisschen auf Funding-Rates gucken, Ethereum, die Stock-Märkte etc. pp. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und bevor wir jedoch starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonnt den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale. Kommt da gerne rein, den Link dazu findet ihr wie immer kostenlos unten in der Videobeschreibung und wenn ihr noch eine Börse zu traden sucht, wo ihr das Ganze, was wir hier besprechen, nachtraden könnt, dann kann ich euch nur meine Partner-Person BingX empfehlen, den Link dazu findet ihr kostenlos wie immer unten in der Videobeschreibung. So, jetzt aber rein in die Analyse, wie gesagt, Bitcoin momentan bei 62.700 US-Dollar, somit eigentlich wie letzte Woche zum letzten Video, so grob in dieser Range, in der wir uns befinden. Wirkliche signifikante News gab es bisher nicht, Inflationsdaten sollten glaube ich diese Woche noch kommen, aber mal gucken, was das dann wirklich so für Auswirkungen hat, weil beim letzten Mal hat es auch keine wirklichen Auswirkungen gehabt. Auf den größeren Timeframes, wenn wir uns das mal angucken, befinden wir uns weiterhin eher in so einem kleinen Downtrend beziehungsweise, muss man auch dazu sagen, erinnert das etwas an ein Wyckoff-Pattern. Wir haben hier unsere gelbe Range, die wir jetzt schon des längeren eingezeichnet haben. Wir hatten dann hier unser Fake-Auto in Anführungszeichen auf 56.500 US-Dollar, was man dann so ein bisschen als Wyckoff interpretieren kann, dass hier nochmal alles ausgewaschen wurde, diese Spring-Phase und wir uns jetzt möglicherweise wieder nach oben hin bewegen. Was mich aber an dieser ganzen Sache stört und das habe ich letzte Woche eben schon mal dazu gesagt, wir haben hier unten noch diese Ineffizienz liegen, die liegt genau bei 60.000 US-Dollar, also genau an unserem Golden Pocket von eben dieser Aufwärtsbewegung. Da sind wir knapp gescheitert, wir sind nur auf 60.200 US-Dollar runtergekommen und haben diese nicht vollständig gefüllt, aus dem wäre so ein Hit ins Golden Pocket nicht wirklich schlecht für den weiteren Verlauf, auch für eine mögliche Long-Position. Darauf habe ich eben noch gewartet, dass wir hier eben noch runtergehen. Die Linie sah damals so aus, ich habe es jetzt wieder ein bisschen nach unten hin verschoben, weil wir eben gestern hier in unserer 4-Stunden-Supply-Zone wieder zurückgewiesen wurden. Das heißt, wir haben noch kein höheres Hoch in Anführungszeichen gebildet. Wir sind jetzt hier erstmal an dieser 4-Stunden-Supply-Zone gescheitert und meiner Meinung nach sollte es immer noch ein bisschen nach unten hin gehen, um die Liquidität in diesem Bereich zu holen, um einfach das Golden Pocket nochmal zu bestätigen. Und von hier aus könnten wir dann das nächste Ziel avansieren bis ungefähr 67.000 oder sogar 70.000 US-Dollar. Also erstes Ziel wäre natürlich hier die 65, 66k wegen unserer Ineffizienz, die hier oben noch liegt. Da kann ich auch mal eine Linie ganz kurz reinmachen. Das wäre so der erste Breaker hier, diese blaue Linie. Ein zweites Ziel, das wäre dann schon das exorbitant bullische Ziel, würde dann hier oben bei 70.000 US-Dollar liegen. Und das wären auch so grob die Preisziele, sollten wir unten ins Golden Pocket reinkommen, sollten wir hier unten eine Long-Position dann eingehen. Wir können aber trotzdem mal ganz kurz auf die News diese Woche gucken. Wenn wir uns das mal ganz kurz angucken, gestern war wirklich nicht viel. Heute Erzeugerpreise ohne Nahrungsmittel, die ja aber auch wieder ein bisschen geändert wurden, beziehungsweise die Inflationsdaten wurden etwas geändert, es wurde zum Beispiel Kaffee rausgenommen und sowas. Also man deichselt sich die Inflationszahlen sowieso schon immer, wie man das gerne hätte. Das nur mal so als kleiner Reminder, man sollte diesen ganzen Missteil auch nicht einfach zu hochwerten, das ist das andere. Auf jeden Fall Erzeugerpreise heute, dann die VPI-Daten, also Inflationsdaten, dann am Mittwoch. Also da steht schon einiges an, Einzelhandelsumsätze, was da auch noch kommt. Also ihr seht schon, da ist sehr, sehr viel los, auch am Donnerstag. Exportpreise, Importpreise, Industrieproduktion, also diese Woche ist rappel, rappelvoll, was News anbelangt. Und deswegen rechne ich auch damit, dass diese Woche mal deutlich mehr Bewegung hier endlich mal reinkommt in diesen Markt, weil der Markt ist momentan wie tot, wie ausgewischt. Es fehlt an Volumen, es fehlt an allem einfach und das würde uns wirklich mal gut tun. Also für mich weiterhin, Long Option liegt hier unten zwischen 60.000 und 59.000 US-Dollar. Anders werde ich erst einmal nicht reagieren. So viel erst einmal dazu. Gucken wir uns mal ganz kurz die Funding Rates an. Die sind absolut human, also es tut sich gar nichts im Markt. Auch die Funding Rates sind absolut normal. Gehen wir rüber zu Ethereum, was ist da? Da passiert noch weniger. Wir sind ins Golden Pocket hier reingekommen. Wir haben danach nicht meine Long Option hier getriggert. Wir sind nicht runter auf 2.815 oder sogar hier runter bis 2.800 US-Dollar gekommen. Nein, wir sind vorher wieder hier bei 2.860 US-Dollar ein bisschen nach oben hingebounced. Aber das war es dann auch. Wir haben hier nicht einmal mehr die gleiche Bewegung wie bei Bitcoin. Also auch hier, Markt ist wie tot. Sollte Bitcoin noch ein bisschen steigen, hätten wir nochmal die Möglichkeit, hier oben vielleicht short zu gehen in unserem Golden Pocket, weil wir dann auch wieder an unserer Linie von unserem Downtrend hier oben eben wieder dran wären. Aber es tut sich hier einfach derzeit gar nichts. Bis auf 1 Mark, da hat sich ein bisschen was getan und das war Gold. Gold hat unsere Short Order hier oben in diesem Preissegment bei 2.370 US-Dollar abgeholt. Also da wurde jetzt erstmal getriggert, wer da rein ist. Stop-Loss Entry, erste Profite nehmen. Ich würde einfach mal so 25% rausnehmen und dann einfach abwarten, weil mehr gibt der Markt momentan nicht her. Ihr wisst, es hat ewig gedauert. Wenn wir mal gucken, hier vom 23. April bis jetzt am 10. Mai hat es gedauert, bis diese Order wirklich mal getriggert wurde, beziehungsweise bis wir hier mal ins Golden Pocket reingekommen sind. Also drei Wochen jetzt hier gewartet, deswegen jetzt hier erstmal Safety First Profite nehmen und Stop-Loss Entry. Und mehr tut sich hier derzeit auch nicht. Je nachdem, wie diese Daten jetzt heute, morgen und übermorgen ausfallen sollten, könnte das nämlich nochmal ein Katalysator für Gold werden. Sollten die Zahlen nämlich absolut beschissen sein, gehe ich nämlich davon aus, dass wir hier nochmal eine deutliche, deutliche Erholung sehen und möglicherweise sogar in Richtung 2.431 US-Dollar hochbouncen. Aber nur, wenn die Zahlen negativ sind, weil das dann wiederum schlecht für die Wirtschaft wäre, Gold als sicherer Hafen angedacht. Aber grundsätzlich hat sich an dem ganzen Fahrplan nichts geändert. Das Volumen geht immer weiter raus bei Gold. Also grundsätzlich ist der Markt für mich weiterhin Short gerichtet. Deswegen auch hier oben diese Short Order. Ansonsten, was tut sich in Amerika? Hier sind wir einfach wieder komplett nach oben hindurch geschossen. Deswegen gab es hier auch nichts wirklich zu berichten. Tut sich einfach zu wenig. Also der Markt hier immer noch exorbitant bullish, meiner Meinung nach. Wir sind durch die Short Area hier einfach durchgebounced. Also hier lasse ich die Finger einfach von irgendwelchen Short Hebeln oder irgendwelchen Short Trades derzeit. Das ist mir einfach das Risiko derzeit einfach ein bisschen zu hoch. Wie gesagt, sobald diese ganzen News Hits in den nächsten Tagen hier rauskommen, wird sich denke ich mal mehr zeigen, wo wir uns jetzt möglicherweise auch über den Sommer hinbewegen. Wir wissen, es ist Mitte Mai. Ja, es ist schon wieder Mitte Mai. Es geht richtig, richtig schnell. Und möglicherweise kriegen wir dann unser Sommerloch schon etwas früher oder später. Ihr wisst, Juni, Juli, August sind meistens so sehr, sehr schwache Monate. Die könnten dann jetzt möglicherweise diesen Sommer auch dafür genutzt werden, dass wir uns nochmal deutlich, deutlich nach unten hinbewegen. Ein Sommerloch muss nicht heißen, dass wir nur seitwärts uns bewegen. Aber auch hier könnte sich möglicherweise dann so eine kleine Range über den Sommer auch bei den Stockmärkten dann bilden, bevor wir dann gegen Ende des Jahres oder Richtung Herbst dann unser bullisches Breakout nach oben hinkriegen. Und davon gehe ich immer noch aus. Ihr wisst, ich habe es in meiner Prognose für das Jahr 2024 gesagt, dass ich eher mit so ein bisschen seitwärts, sondern gegen Ende des Jahres mit einem deutlich bullischeren Markt rechne. Und dabei bleibe ich auch erst einmal, beziehungsweise würde sich das sehr, sehr gut ergeben. Gehen wir mal noch, last but not least, zum Euro gegenüber dem US-Dollar. Auch hier warte ich weiterhin auf meine Short Area hier oben bei 1,084, beziehungsweise bis hoch knapp 1,087. Das ist die Short Area. Wir haben aber den ersten Move nach oben hinbekommen, auch wenn unsere Long hier unten nicht abgeholt wurde. Warte ich jetzt, beziehungsweise das erste Mal, dass wir uns hier nach oben hin katapultieren. Könnte auch nochmal für den heutigen oder morgigen Tag dann soweit sein, sollten wir einen starken US-Dollar sehen. Bei positiven Zahlen natürlich, die jetzt in den nächsten Tagen kommen, ist das sehr, sehr gut möglich, dass wir hier diesen letzten Move kriegen und dann der Euro über den Sommer auch komplett abkackt. Was dazu führen würde, dass man auch ein bisschen USD-Tether mal zur Sicherheit ein bisschen in Euro umtauschen könnte. So ein bisschen Währungsaustausch ist hier, glaube ich, nicht verkehrt. Ja, ansonsten seht ihr selber, es tut sich sehr, sehr wenig. Es ist auch bei mir relativ ruhig, weil ich mich momentan ein bisschen vom Markt ein bisschen fernhalte und mich hier nicht reintrauche, bevor ich hier nicht meine richtigen, ja, orders abgeholt kriege. Ich möchte jetzt hier momentan nichts überstürzen. Auch Altcoins, absolut uninteressant. Es tut sich am Altcoin-Markt überhaupt nichts. Alle Altcoins, die wir so ein bisschen besprochen haben, tut sich nichts. Ich warte hier einfach auf eine richtungsweisende Entscheidung. Sollten wir noch mit BTC runtergehen, werde ich sofort das Altcoin-Video drehen für euch, weil dann wird es interessant, momentan müssen wir einfach wissen, wo ist die Richtung oder wo geht ganz klar die Richtung hin. Ihr könnt es aber unten mal gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr denkt. Sagt ihr eher, nee, wir sind momentan ein bisschen bearischer eingestellt oder bullischer. Schreibt es unten rein und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns zum nächsten Video wieder. Wahrscheinlich dann morgen, hoffentlich mit mehr Bewegung. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Lasst es euch gut gehen, genießt das Wetter ein bisschen und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto.